Musik 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 Jojojo Leute und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Rocket League zusammen mit Gary und Tjock Hallo Und wir spielen wieder den Winter Patch Modus Und wir spielen wieder gegen die Kuscheltiere Ach du Scheiße Neos, dein alter Freund Der hat mich gleich Ich glaube auch Der kuschelt gern mit dir Na schau, der wollte schon wieder mit dir kuscheln Oh Der wird mich auch definitiv noch ein paar mal zerstören Meinst du, das ist seine Lebensaufgabe geworden? Ja Ja Der ist nämlich schon wieder in mich reingefahren Ich bin einfach alle dabei den Puck jagen Ja Oh Phew Okay Ich habe zumindest den Gegner mit ausgespielt Okay Ich finde es ganz schwierig den Puck wenn du unter dem Puck bist zu erwischen Wenn der an der Wand hängt Ganz schwer Weil der bleibt dann wirklich so komplett dran hängen Nicht so wie der Ball der ein bisschen weg geht und du da noch eine gute Winkel kriegst Der Winkel von der Kamera ist auch so behindert Neu Oh oh Der Sven hat das Leint sogar direkt wieder den Gegengang mit den Fein Die haben was gegen mich Oh oh der ist gefährlich Oh 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 mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Da hattest du mega Lack dass der dich versprungen ist Das nennt sich Skill weißt du Oh Hahaha Schöne Vorlage Ketti übrigens Ja sicher sicher Zum Glück habe ich es denn noch bekommen Ups Die hast du sehr schön in die Mitte gelegt Jo Oh mein Gott Oh Parade hier Ich leite mal die Gegengang mit den Fein Warum hängst du direkt hinter mir das ist dämlich Oh Gerry im Rückwärtsgang Im Rückwärtsgang mit Zaltos den Puck spielen so was sieht man auch nicht an denn Oh 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 Ich spiel mal wieder rüber Ja ja mach mal Jo Üps We haben eintrisch Ich glaub den Neos muss ich mal wieder zerstören Oh ich hab's erschern Oh sehr schön Also wir geben denen hier grad eine Abweibung nach der anderen, na? aber der sich habe ich schon weggekickt und jetzt hat mich wieder versucht zu töten nein aber ich habe ihn an die Wand gehängt bei ihm der kommt aber nicht ja in der Tat nein oh mein Gott der ist hier abgesprungen den hat er aber auch irgendwie ganz komisch genommen okay okay bloß nicht fertig machen lassen ja geil ja geil hab ihn die stehen schon immer mit einem was soll das ja nee hey komm hey ich habe viele Punkte dann werde ich wenigstens eine Vorleihe haben müssen nee warum hast du nichts gemacht ich habe den da nicht geschmeckt ja jo danke bitte bitte okay okay so geil wie man den einfach über die Decke drüber krieren kann ja sorry aber ich wusste ja MP ups ich habe nur das Ding gesehen ja ja schubst mich durch ja gary ich sag doch du machst Dinge während wir hier spielen das habe ich dir letzte Folge schon gesagt du bist einfach nur der der Dinge tut oh der kam schön aber jetzt wird kommen wir beide sind ja fairfahrer ja komm lass mich anfangen lass mich anfangen ich möchte anfangen nein ich will neos sprengen wahrscheinlich habe ich nur weggekickt und Geri auch oh der ist ja der Wand Wand ist gut nein so jetzt bist du der beste Spieler natürlich bin ich der beste Spieler was erwartest du wenn du deine 100 Punkte für besserspieler abziehst dann habe ich 10 Punkte mehr mit dem Ziel so die Frage ist jetzt wollen wir mal gegen andere Spieler Spieler wollen wir gegen die Teddybärchen ne das war schon okay dann gehen wir weiter gegen die Teddybärchen so so das ist irgendwie das war jetzt der dritte Sieg in Folge ob die sich irgendwann noch wehren weiß ich nicht oh nein der ist aber auch ganz komisch geflogen warum hebe ich da immer ab wenn ich so von Teig gegen den Pupf war oh oh nice da hat schon jemand was schon wieder jemand was gegen mich das ist weggekickt ja ich hab mal wieder Neos weggehauen ne jetzt mach doch mal ne Vorlage ja ich versuch's ja aber das sind drei Leute an der Wand du warst den über der Vorlage oh wie scheiße kommt der denn mit der Starter und dann ist er und dann ist er ja ne auch und dann ist er jetzt haben wir uns geirrt und dann haben wir uns das ist und dann letztendlich ich wollte ihn noch vorm Tor so ein bisschen abhängen, dass das Weiz gefehlt wäre er hätte es wahrscheinlich rausgehauen so come on der kommt schön ich stehe aber nicht da ich auch nicht oh my god oh my god die einfach nicht reingegangen ist wisst ihr da mache ich ja die perfekte Vorlage und da gibt es sowas dann haut mich Gary auch noch weg damit ich selber nicht abschließen kann du hast doch bloß verschossen und sagst es ist ne Vorlage alter ich hab vorher gesagt es ist eine perfekte Vorlage wenn ihr beide nicht da seid ich musste mir loszeugen ja und ich musste clearen wo ist jetzt der Boost gewesen und jetzt nein du der kommt was er nicht machen soll ich stand da weg geht aber da endlich also lieber verhindere ich deinen Vorlage also lieber verhindere ich deinen Vorlage als dass du mitgehst aha ok gut zu know aber ich habe zum Glück den Nachschlussschirm gemacht ja ich habe einen Wandabpraller direkt verwandelt sowas kannst du nicht mehr in deinen Träumen was habe ich denn mit dem Polytor bitte gemacht? ja es war kein Wandabpraller ne hast du nicht direkt vom Boden genommen ne du bist einfach dagegen gefahren in der Luft jetzt wälst du du musst es das auch sagen ich bin mir leider ein bisschen zu schnell für dich ich hab den gespielt ne ich war auch gerade ich habe Rückwärtsleiter gemacht oh oh man I do it I do it oh man ok oh scheiße ja legt ihn doch noch davor oh danke sorry ey die spiel sich aber auch gegenseitig aus ich habe glaube ich gerade dreimal den Ball raus geholt und Gary hat ihn einfach wieder reingeschimpft oh nice oh 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 habe ich es geschafft ja ich war dran aber der auch toll der ist sauer auf mich ich habe den Gary aus dem Weg gerammt und ich habe eine Vorlage dafür bekommen weil ich ihn davor geschubst habe indem ich Gary weggerammt habe mit die er 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 ja selber nicht nötig gegen die Gegner, dann kann man sowas schon machen ich weiß nur, dass dieser akurische L-Typ sauer ist und Neo auch alle haben mich schon zerstört mich nicht, mich hat, glaube ich, noch keiner gezerstört von Teddy ich wurde schon von allen drei zerstört ich habe die zwei auch die ganze Zeit weg, aber mich scheinen sie nicht so hoch oh mein Gott oh, das war meins oh, das war meins wie auch immer du das gemacht hast WAS ein gezielter Schuss und dann er ah, nee, er hat ihn erwischt ja, Gary beiner ey oh mein Gott aber in dem Modus braucht man einfach Fuß, der ist einfach noch wichtiger wie mit dem Ball, habe ich so das Gefühl ja weil du die ganze Zeit irgendwas total schnell an der Wand hängst nein ich sag doch ich mög mich nicht oh ach, nee alter, Gary was? du hast mich beim Schuss voll weg gerammt ja, das war ein Volley-Abwehr ja, das war ein Volley-Abwehr ja, zumindest habe ich Allens Tor reingeschossen dafür, dass er den Ball geblockt hat ja, das war eine zweite Sieg so, jetzt würde ich sagen, hören wir mal auf gegen die Gummibärchen-Bande zu spielen hier Leute ich geh doch auch schon raus das haben sie auch beschlossen dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin Ciao und Ciao Ciao Ciao